Fortnite, aber ich darf nur die Sniper benutzen. Okay, ich würde auf jeden Fall sagen, wir landen Reckless. Wir brauchen halt wirklich Glück bei der Suche nach einer Sniper, ne? Ich finde denn keine Sniper. Komm, ich gehe auf den Zug. Wieder mein Glück. Oh Mann. Lass mich raus, Junge. Oh, ich wurde schon gelötet. Oh Mann. Bitte hört doch auf. Oh, ja, Sniper-Alarm. Hallo, Sniper. Okay, Freunde, wir haben jetzt die Sniper und ein Pulsnetz. Heißt, wir machen uns direkt auf die Suche nach Gegnern. Okay, sind direkt welche? Oh, andere, Junge. Was? Oh, da ist direkt der Nächste. Oh, nee. Oh, nee. Okay, come on, wir müssen ein bisschen Risky sein. Bisschen Risky. Come on, come on, Trials. Do it, Bro. Do it. Hä? Was denn? Come on. Ah, so knapp. Come on, steck mal einen Fallschaden. Na los. Der will auch nicht, ne? Der will auch nicht fighten. Oh, oh. Was geht denn jetzt ab, Junge? Oh, oh, oh. Oh mein Gott, Junge. Du sollst ja. Du sollst ja.